Hallo, ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir würden gerne mal wissen, woher kommt ihr denn? Wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mal kurz in den Kommentaren reinschreibt, wo ihr her seid und vielleicht auch, wieso ihr Deutsch lernt. Das ist immer interessant zu wissen. Gut, dann beginnen wir gleich mal mit dem Konjunktiv 2 heute wieder. Oder äußern sie intensive Wünsche. Mit dem Beispiel hier, sie wünschen sich intensiv, bald wieder ganz gesund zu sein. Lösung, wenn ich doch bald wieder ganz gesund wäre. Oder, wäre ich doch bald wieder ganz gesund. Dann fangen wir gleich mal an. Sie wünschen sich intensiv. 1. Konjunktiv 2-Aufgabe verstehen zu können. Wenn ich doch die Konjunktiv 2-Aufgabe verstehen könnte. Oder, könnte ich doch die Konjunktiv 2-Aufgabe verstehen. 2. Einen Brief von ihrer Freundin zu bekommen. Wenn ich doch einen Brief von meiner Freundin bekommen würde. Oder, würde ich doch einen Brief von meiner Freundin bekommen. Wenn ich doch heute Abend ins Kino gehen dürfte. Oder, dürfte ich doch heute Abend ins Kino gehen. Wenn es doch zu regnen aufhören würde. Oder, würde es doch zu regnen aufhören. 5. Nicht jeden Tag arbeiten zu müssen. Wenn ich doch nur nicht jeden Tag arbeiten müsste. Müsste ich doch nur nicht jeden Tag arbeiten. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle wünschen. Das wünsche ich auch euch. Nicht jeden Tag arbeiten zu müssen. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Und hoffentlich bis bald. Wie geht's mit der dringekopf? Vielen Dank.